Ja, ich bin morgen wahrscheinlich. Ja, Six, ich wollte den Kohl. Ja, ich habe keinen Kohl gefunden. Warte mal, gab es hier nicht eine Verkaufsstelle? Warte mal, warte mal. Hier. Da gibt es Kohl. Ja, sowas. Guck mal. Hi, schön, dass du da bist. Ach so, was können wir denn verkaufen? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Die Freundin kommt erst nach 23 Uhr von der Arbeit. Dann esst ihr um 23 Uhr. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Das ist... Ja, und wann müssen... Naja, ist okay. So. Wir kaufen mal ein bisschen... Das ist doch Kohl hier, oder? Mir geht's. Mir geht's gut, Goofy. Wir haben heute schon ein paar Mal miteinander gesprochen. Ich bin etwas irritiert. So, dann werde ich mir mal im neuen Valley anpflanzen. Im alten Valley anpflanzen. Ja, hör mal auf, oder? Ich bin so froh, dass Erik hier ist. Ich kann mir ihren Namen immer nicht merken. Ariel. Wenn man mal überlegt, sie hat sich hier an Prinz Erik verliebt. Die Tochter, die fünfte Tochter des Königs von Atlantica. Ich weiß gar nicht, wie das Land heißt, wo sie herkommt. Und sie ist dann hohe Risiken eingegangen. Und hat sich von der Mähhexe Ursula Vanessa in einen Mensch verwandeln lassen. Und wurde dann aber von Ursula mehr oder weniger verarscht, kann man das sagen? Nee, eigentlich, naja, der Vertrag war halt Knüppelhardt, na? Ja, im Grunde genommen hat sie, hat sie, Ursula Vanessa, wahrscheinlich Ariel über den Tisch gezogen. Und hätte sie dann eingesperrt, ja. Da sind die jetzt, okay. Das müsste man, ja, da waren wir hier heute noch gar nicht. Hier waren wir anscheinend nicht. Das muss ich mir jetzt mal merken. Wo sind wir denn im, habt ihr mal geschrieben, dass ich zehn Jahre, ja, ja. Zehn Jahre Nachtschicht, das hast du geschrieben, Taxifahrer. Ja, Taxifahrer gibt es in 30 Jahren auf keinen Fall mehr. Das wird alles über, äh, KI-gesteuerte Autos gehen. Wahrscheinlich gibt es in 30 Jahren. Wow. Hast du damit den Luftballons nicht ein bisschen übertrieben? Ja, wir haben da einen Dream-Steps gemacht, ne? Ja. No. Ach, weil hier der Ding ist, okay. Ja, ja, ich verstehe. Ja, das kann man schon so lassen. Die, die, die. Ach, das ist ja eine schöne Musik. He, he, so keck. Jetzt sind wir wieder hier, okay. Da waren wir heute auch schon ein paar Mal. Ja, komm, Nils, mach mal langsam Schluss. Danke, Mini. Wir gucken mal rein. Wir haben jetzt immerhin, ähm, ja, dieses, ähm, ich könnte jetzt nachschauen. Rot-Weiß gestrefftes Capybara. Ja, das fehlt mir noch. Münzjagd, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen will. Ne, 24.000 Nebel haben wir jetzt. 24.000 Nebel. Das langt jetzt erst einmal. Geld haben wir ja eigentlich noch genügend. Also, auch da müsste man jetzt nicht unbedingt, ähm, komm, Wally, ja. Ja, komm, da kannst du noch ein bisschen... Ne, komm, ja, hör nur auf, das langt. Mickey! Komm, lass es, komm. Mach mal die Taschen leer. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch eine Pizza hab. Okay, hat sich's doch ein bisschen gelohnt. Dann machen wir jetzt die Taschen leer, gehen ins Alde Valley Heim. Oh Gott, hier müssen wir mal wieder was machen haben. Ja. Hä, das ist ja so komisch, ne? Ach, das ist eine Blume. Jetzt seh ich das Ast. Okay. Nein! Ha, 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 aus Versehen. Hm. Tee, ne, ne. Hier müssen wir auch noch einen Gärtner hermachen, hä? Ja, müssen wir unbedingt mal machen. Ich werde mir mal wieder alleine im Museum angucken. Ja, schönen Abend noch. Danke, dass du da warst. Schönen Abend. Danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Tag morgen in der Arbeit. Grüße an die Freundin. Hehehe. Hehehe. Er möchte angeln. Mini, geht's dir gut? Okay. 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 Da haben wir ja einen automatischen... Ja, haben wir hier. Den haben wir hier stehen lassen. Okay. Und den hast du jetzt weggemacht, ne? Ja, ja, ja. Hätte man ja eigentlich hier stehen lassen. Nee, lass. Ist egal. So, jetzt machen wir einmal die Taschen leer. Okay. Okay. Bambus. 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 Der Aal. Dann werden wir morgen... Mensch, ich wollte auch mal die Kiste... Haben wir noch eine große blaue Kiste? Kostet 5000, wenn du das jetzt magst. 5000 haben wir momentan nicht. Okay. Das kommt ins neue Valley. Neues Valley, neues Valley. Neues Valley. Das ist alt. Wow. Was war jetzt? Hey, weißt du was? Du bist mein bester Hilfsheriff. Ich muss mal wieder Toy Story anschauen. Wobei mir die... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die... Die Toy Story Geschichte immer... Sag ich jedes Mal. Finde ich eher... Ähm... Sehr traurig, wenn das... Bei Toy Story geht es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich darum, dass die... Das Spielzeug von den Kindern verlassen wird, weil die Kinder erwachsen werden. Und das ist eine unglaublich... Also ich finde das traurig. Das ist für das alte Valley. Ja. Auch altes Valley. Die Zuckerstangen können wir verkaufen. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr nett von dir. So, ladies and gentlemen. Dann haben wir alles vorbereitet. Aldis Valley. Jetzt müssen wir hier nochmal die Blumen wegmachen. Das ist jetzt nicht so, dass wir die unbedingt brauen. Gelbes Gänseblümchen. Alles Aldis Valley. Okay, na gut, dann gehen wir zurück. Daisy, ja. Mini, Dankeschön. Ich geb dich frei. Dankeschön, dass du da warst. Ich suche mir mal Wall-E. Okay. Komm, Lucky, lass uns zurückgehen. Oh, jetzt hat sich aber hier die Sonne irgendwie... Irgendwas hat sich verändert, ne? Ja. Irgendwas hat sich verändert. Karte. Gut, eben. Ja, war sehr interessant. Das heißt, morgen werden wir dann, ähm, nicht Nebel sammeln, sondern wir werden mal Dreamlight sammeln. Ich glaub, das würden wir mal machen. Ja. Wall-E ist nicht da. Ja, das merkt man sofort, ne? Wo sehe ich das? Hier, ne? 5.000 haben wir da bloß. Ach, du meine Güte. 6.000. Das heißt, morgen machen wir Dreamlight. Ich will, ähm, ja, 30.000 machen, ne? Dann haben wir 30.000. Das würde passen. Futuristisch gewacht, okay. Haben wir denn überhaupt noch frei verfügbare, ähm, Häuser? Habe ich das noch nicht? Okay. Das ist aus dem ersten, aus dem ersten Sternenpfad, ne? Was soll denn das sein? Ist das, weiß das jemand, ist das ein Bild, wo man, ein Bilderrahmen, wo ich was rauskomme? Nein, machen kann. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, da müssen wir das mal machen. Das kommt ins Haupthaus rein. Kommt zu Wall-E rein. 2500 hat der Kack gekostet. Alter Schwede. Okay. Was wollte ich jetzt machen? Hier, können wir gleich mal ins Haus rein tun. Ja, wo? Ohne Wall-E? Ja, ohne Wall-E nicht. Na, ohne Wall-E machen wir das nicht. Ja. Ich kann meine Krallen in so weit. Wo ist ein Wall-E? Ja, ist egal. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Irgendwas? Die Taschen mache ich morgen leer. Und dann, ja, machen wir langsam Schluss. Wo ist ein Wall-E? Da, der wartet auf mich. Wir haben wir noch zwölf Minuten. Wall-E! Best friend, come on! Come with me! Das geht nicht. Komm, lass uns ein bisschen noch rumgehen. Da, 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 da. Jetzt machen wir mal ganz kurz wenigstens ein bisschen die Taschen leer. Könnt ihr das auch alles verkaufen? Ja, natürlich. Theoretisch schon. Da, die hat er jetzt. Die sind falsch. Okay. Ja, das ist ja. Mh, mh, mh. Nee, 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 nee. Mh. Wir haben keinen einzigen äh von den Dingelhaber bekommen. Das ist ja unglaublich. Das kann ja eigentlich überhaupt nicht sein. Auch von den pinken Schleifen haben wir nichts gekriegt. Haben die da was geändert? Das ist ja gruselig. Da wollten wir noch eine Kiste machen. Ja, ja. Was fehlen hier? Die Eier, siehst du? Die Eier wollten wir noch immer mitnehmen. Haben wir nicht dabei gehabt heute. Fehlen die Eier. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Mh, mh, mh. Da eine Dingle-Hubble, die Schimmer, damit haben wir heute angefangen. Neue Freunde, ja, alles klar. Das kann man alles so lassen, sehr schön. Ladies and Gentlemen, da sind sie gleich hingepflackt. Okay, Ladies and Gentlemen, dann würde ich sagen, machen wir mal ganz chillig hier. Schluss, Lehm haben wir da noch drin, okay. Lehm. Die Pflanzen fürs Neue. Ach, ich freue mich auf Daisy. Wir müssen kochen, ne? Ja, das machen wir morgen. Morgen kochen wir. So, dann würde ich sagen, haben wir es. Komm, Wally. Ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz dunkles Holz holen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir es unbedingt brauchen. Aber ist jetzt nicht so, dass das jetzt so so oft da ist. Deswegen würde ich es gerne... Oha! Okay. Wir können es auch hier ablagern. Hier passt es eigentlich ganz gut rein. Das ist aber eine... Ja, wenig, ne? Wenig Platz hier eigentlich. So, Ladies and Gentlemen. Oh. Haben wir noch Pizza? Sonst wird es schwierig. Ja, ich muss morgen... Wenn ich morgen anfange, müssen wir mal ein bisschen kochen. Oder ich hocke mich mal eine Stunde hin und koche mal wieder. Jetzt gehen die Pizzas weg. Na ja, dann sind sie weg. Hinten der Fuchs war die ganze Zeit dabei. Komm, mach Diano weg, dann ist sie weg. Sehr schön. So, Ladies and Gentlemen. Dann würde ich sagen, morgen geht eine neue Woche los. Deswegen machen wir jetzt so langsam Schluss. Hier waren wir überhaupt schon lange nicht mehr. Wolli! Wolli! So, geh mal runter. Alle hier waren ganz wunderschön. Nala ist cool. Oha! Oh Gott, die Häschen. Ohai, ohai. So, Wolli, komm, komm, hör mal auf. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Danke fürs. Untertitelung des ZDF, 2020